Nadja Krasteva Ich bin sehr froh, dass man mich hier eingeladen hat, weil natürlich ich würde gerne helfen mit was ich kann, natürlich wie alle meine Kollegen, damit diese Krankheit sich ein bisschen in Grenzen hält oder sogar wenn eine Medizin erfunden wird, endlich und dass die Menschen, die krank sind, eigentlich besser leben können. Und ich hoffe, dass man viel spendet und viel helfen kann. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.